Musik Also hier sind wir im Steinhauerpfad in Lindlar Steinhauer Gucken wir uns einfach mal an Wir treten auf eigener Gefahr, dass man hier hoch geht Die kleine Kreuzung Hier sind die Wegmarkierungen, gehts immer lang Der Sport Kannst du hier reingehen? Das ist eine Hütte Hier bin ich gerade aufgeklärt worden. Der Spruch, der ist weg vom Fenster, was das bedeutet. Das haben die Arbeiter hier mit Staub zu tun gehabt. Das heißt, ihre Lungen waren verstaubt. Die hatten natürlich keine Filter und nichts gehabt. Dementsprechend weiß man ja, dass solche Leute gerne am offenen Fenster sitzen und dann dementsprechend nach Luft japsen. Wenn er nicht mehr da war, dann war er gestorben. Dann hieß es dann, der ist weg vom Fenster. Wiss ich auch nicht. Er lernt nie aus. 1.08 2.08 1.08 2.08 2.08 1.08 So, jetzt haben wir auch noch eine Trigger da oben, das ist ja cool Ja, das ist ja cool Ja, das ist ja cool kreuzungsbereich runter füge das mal auf keine drücke was haben wir hier feines lebensraum steinbruch nur da erdgeulich eng natter fuchs arme fuchs 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 blick in den steinbruch fuchs 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 wach fuchs Hier ist der Steinbruch. Das war ja ein Steinbruch. Jetzt geht es weiter. So und jetzt haben wir fertig und gehen jetzt nach der Stadt zurück. Ein kleiner, feiner Rundweg von zwei Stunden. Jetzt ist es sehr schön. Und wieder hören.